So Freunde, da bin ich wieder mit. Let's play zu 007, der Morgenstürt nie. Ich mache hier direkt weiter, direkt im Anschluss. Ich habe nur eine Sekunde Pause gemacht. Und genau, wir gehen weiter. Wir sind jetzt schon im siebten Level, Alter. Das ist krass. Naja, wir machen weiter mit Skipiste in Hokkaido. Wir reisen also nach Japan. Das ist geil. Okay, es geht einmal um die Welt. Jut. Da ist er. Katoshi Isagura fand zwei Tage vor einem Nervengasangriff in Yokohama eine Transaktion über 3 Millionen Dollar statt. Wir sind der Ansicht, dass Kawa Isagura für diese Katastrophe bezahlt hat. Der Morgen war wieder einmal die erste Zeitung, die den Bericht brachte. Ihre Mission ist, Isagura zu eliminieren. Oh Gott, mein Rechner wieder. Verfügt ihr eine jetzt teilreiche Gefolgschaft? Halten sie sich also so lange wie möglich verborgen. Okay, ja, das machen wir. Tut mir leid, wenn ich ein bisschen dazwischen gelabert habe. Aber mein Rechner hat wieder irgendwelche Ruckler hier. Beziehungsweise fabriziert die. Genau, wir sollen Isagura killen. Der hängt ja damit zusammen. Das haben wir ja in der Pressemanufaktur gesehen. Da hing ja sein Namensschild. Genau, aber erst mal hier Skipiste. Also Skifahren. Terroristencamp Hokkaido. Wir sind in Japan. Cool. Okay. Dann. Hier gibt es keine Musik. Warum gibt es hier keine Musik? Äh. Ja, jetzt. Okay. So. So, jetzt. Hier. Hallo. Hier gibt es irgendwie keine Musik. Kann das sein? So. Ah, die ist ja leise. Jetzt ist die Musik auf einmal leise. Oh mein Gott, nein! Oh, scheiße, Mann! Oh, was war das? Das war knapp, ey. So, guck schon. Ah, jetzt muss ich aber irgendwie die Musik ein bisschen lauter machen. So. Okay. Ja, genau. Schon besser. Sehr schön. Okay. Ah! Shit, Mann! Oh, das ist viel schwerer als das letzte. Oh, lass die mal in die Bäume fahren, ja? Was ich interessant finde, ist, dass die die gleiche Stimme haben wie ich. Wenn die irgendwo gegenfahren. Das ist ja auch schon mal interessant. Ja. Genau. So. Und du gehst weg. Und du gehst auch weg. Du gehst weg jetzt. Hey! Ey! Haut dir wohl ab hier. So. Zack. Ey! Das geht ja gar nicht hier. So. Zack. Und zack. Ja. Seht ihr, dass dieses Ah! Das ist das Bond. Das ist auch das Ah vom James Bond. Ja. Und Farmer dagegen. Dankeschön. Gut. Oh, Medi-Packs. Oh, was ist das denn? Das ist aber knapp hier. Mein Gott, nein, nein, nein. Das traue ich mich nicht. Man muss ja hier nichts unnötig riskieren. Kann man eigentlich abbremsen? Ja, man kann abbremsen. Aber es kommen keine Gegner. Das heißt, wir haben die alle erstmal. Alles klar. Dann springen wir mal. Wooo! Cool. Okay. Alles klar. Ah, jetzt noch einer. Hey. Hallo. Japaner? Bist du Japaner? Weiß ich nicht. Weil ich mag eigentlich Japaner, ne? So ist es ja nicht. Scheiße. Was ist das denn? Was ist das denn? Scheiße. Warum bin ich jetzt auf einmal da gelandet? Oh, Mann. Alter. Und fahr noch gegen den Baum. Warum hat mich das jetzt getroffen? Ich bin gar nicht dagegen gefahren. Na ja, ist egal. Komm schon. So, jetzt aber. Ah, da oben war ein Medipack. Egal. Was muss ich jetzt hier machen? Bin ich hier richtig? Ah. Ah. Ja, anscheinend. Okay, geil. Alles klar. Ah, ich glaube, wir haben es. Yes, wir haben es. Alles klar. Erste Levelhälfte haben wir geschafft. Sicherheitssystem deaktivieren. Alles klar. Ja, dann machen wir das doch, ne? Was haben wir hier für ein paar? Ah, was ist das denn? Eine Automatik. Okay. Und Infrarot. Ah, nein. Zurück. Ah, ich sehe wieder hier keine. Köpfe. Wegen dem Bug da. Grafik-Bug. Ah, hier kann man aber wieder Fässer kaputt machen. Das ist gut. Das mache ich doch. Ah, jetzt ist die Musik wieder viel zu laut. So. So. So, genau. So, zack. Und wenn man die Fässer kaputt macht? Das sind doch normalerweise immer Medi... Ah, nee. Okay. Nevermind. So, hier, zack. Ah, nein. So, hier. Komm schon. Ey, wie viel haltet ihr aus? Ihr seid keine Japaner. Glaub ich nicht. Ah, Extra-Leben. So, komm schon. Was ist das denn für ein Hubschrauber da oben? Ah, ist ein Hubschrauber. Ah, ja, okay. Alles klar. Zack, zack. Ja, ich kümmere mich gleich um euch. Hier kommt man doch irgendwo rein, oder? Was ist das hier? Jo, tritt die Tür ein, alles klar. Cool. Hallo. Bei was habe ich dich denn gestört? Das sah ein bisschen komisch aus, was du hier gemacht hast, hä? Ah, Panzerung, sehr gut, brauche ich. Hä? Panzerung? Ist doch eine Panzerung. Ja, das ist eine Panzerung. Genau, leichte. Leichte Panzerung, sehr schön. Okay, cool. Dann wieder raus hier. Zack. Eiskalt die Tür eintreten. Hey, hey. Da. Zack. Da. Die Dinger da kann man nicht kaputt machen, ne? Ah, ich nehme mal die hier. Viele Waffen hier, das ist gut. Automatik. Oh, ja. Das sieht doch so aus. Ah, der ist eine schwere Panzer. Komm schon, hol dir den. Yes. Mit dem kann man keine Fester kaputt machen. Doch. Sehr schön. Ich glaube, wenn ich die Fester jetzt kaputt... Da ist die da Lala, aber ist egal. Hier ist keiner wer. Ah, doch, da hinten ist noch einer. Treffe ich den von hier aus? Ich glaube schon, hä? Ah, nee, den treffe ich nicht. Schade. Okay, dann halt so. Ah, die Knarre ist geil. Die mag ich. So, wer schießt mich hier an? Ah. Hallo, ist hier jemand? Ah, ja. Hi. Da bist du tot. Hey. Du bist tot, habe ich gesagt. Hallo? Ja, die Gegner halten mehr aus, kann das sein? Ja, scheint so. Okay, Medipacks. Ah, diese Items hier. Und dir das, und dir das, und dir das. Sehr schön. Was ist das für ein Ding? Muss ich hier irgendwas machen? Ah, Scanner. Vielleicht. Wahrscheinlich. Ja, genau. Sicherheitssystem deaktiviert. Kann man das kaputt machen? Jo, das kann man kaputt... Hahaha. Okay. Jo, das auch? Ich weiß, ich mache alles kaputt. Nö, das kann man nur ausmachen. Okay. Hast jetzt keinen Rechner mehr hier. Ey, wo? Was? Was? Wer schießt mich hier ab? Hallo? Egal. Komm. So. Gut. Da. Da seid ihr doch. Hi. Ey, wie viel halten die aus? Die halten mehr aus. Dann nehmen wir mal die gute alte Kalaschnikow wieder. Alles klar. Was ist das hier? Ah, da ist noch jemand. Hi. So. Wo ist seine Munition? Drüben. Alles klar. Er hat sie durch die Wand geglitscht. Was ist das jetzt hier? Bekreis öffnen. Ah, ja. Das erinnert mich so ein bisschen an das erste Level. Sicherheitspass besorgen. Okay. Ja, dann. Hey, 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 hey. Oh, zack. Guck, es wird Alarm. Gib mir mal den Sniper, weil da hinten, da ist ja auch einer. Ja. So. Komm schon. Und zack. Da ist noch einer irgendwo. Hey. Das ist aber unfair. Ah. Ich glaube, da kann man es so machen. Genau. Da muss man nicht die Waffe wechseln. Wenn man das ist, ey. So. Gehen wir mal hier hoch. Alles klar. Und lauf, 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 lauf. Treppen steigen. Jo. Mag ich überhaupt nicht im realen Leben. So. Zugangskarte. Das ist Loch, glaube ich, der Sicherheitspass, oder? Da kommt schon. Und hier ist noch ein Gegner irgendwo. Ich höre ihn auf der rechten Seite. Aber wo soll der sein? Ah, da. Okay. Hinter der Wand. Alles klar. Gut, na dann. Und du auch hier. Zack, zack, zack. Weg mit dir. So, genau. Nimm das Ding. Ich weiß ja nicht, was das ist, aber... Ach, Munition. Und... Zack. Hier ist nichts mehr, wa? Ist hier noch irgendwas? Ne, ich glaube nicht mal. Ne. Heißt ja, ich muss da hinten rein. Okay. Dann hier und Mama. Ah, nein, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte vier eng drücken. Ha, scheiße. Okay. Ich habe mal kurz einen Fischenspeicher gemacht. Zack. Ah, jetzt ist... Ah, Isagura vernichten. Okay. Dann mache ich das. So. Ihr könnt mir gar nichts. Ist da in der Kiste was drin? Ah, ne. Die kann man einfach nicht kaputt machen. Okay. Oder? Kann man die kaputt machen? Ah, jetzt ist da noch ein Gegner. Ne, die kann man nicht kaputt machen. Aber das hier, oder was? Was ist das? Hallo? Kann man da irgendwas machen mit? Ne, leider nicht. Okay, dann. Wo war denn der Typ? Ist ja draußen. Ah, ich muss alle Gegner killen hier, glaube ich. Das wirkt sich auf meinen Rang aus. Ah, ich komme nicht mehr raus. Okay, dann nicht. Dann gehe ich halt hier rein. Ich glaube, dahinter ist der Endgegner. Der... Der Isagura. Oder Gupta. Ich weiß nicht. Fingerabdruck prüfen. Okay, hier hast du meinen Fingerabdruck. Yo, da ist er. Isagura. Satoshi Isagura. Yo. Kava und Sie haben ja in letzter Zeit ganz schön viele Schlagzeilen gemacht. Ich nehme an, Sie meinen den Nervengasanschlag, Mr... Bond. James Bond. Genau. Diese Geschäfte zwischen Ihnen und Kava müssen aufhören. Das Einzige, was hier endet, ist wohl Ihr Leben. Sayonara. Ja, viel Glück. Viel Glück, der Bosskampf. Okay, so. Und? Warte mal. Ich nehme mal die Knarre. Zack, 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 zack. Okay. Und zack, 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 zack. Weiter geht's hier. So, komm schon. Komm schon. Hier, hier, hey. Hallo. Nein, 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 nein. Ah! Was ist das? Oh, scheiße, Mann. So, zack, zack, zack. Ah, ich muss... Medipeks. So, zack, 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 zack. Und weich aus. Und da, genau. Jawohl. Und weich wieder aus. Und, genau. Ja, zack, 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 zack. Er trifft mich nicht. Das ist gut. So, komm schon. So, und zack. Nein! Oh Gott! Oh Gott, geh raus hier! Ah! Scheiß Giftgas, Alter. Was bist du denn für eine unfaire Sau? Bist du mal ehrlich. Ne, 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 ne. So nicht, Freund. So nicht. So, zack, 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 zack. Und... Und gib ihm. Komm schon. Und zack, 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 zack. Alter. Wenn man keine Medi-Backs hatte, ist das aber ganz schön schwer. So, yo. Nein, 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 hau ab. Hau ab, du blöder Penner. Mit deinen Scheißbomben. Ah! Boah, ist das unfair. Der wird seinem Scheiß Giftgas. Egal. Komm schon. Und zack, 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 zack. Ey, hau doch mal ab mit deinen Scheißbomben. Ey, jetzt mal ehrlich. Wie oft willst du das noch machen? Das ist unfair. Oh, wie weit kommen die Bomben? Alter. Noch vier. Und... Du musst doch jetzt sterben. Yes! Yes! Geschafft. Oh, Gott sei Dank. Okay, ich hab Isagura gekillt. Ah, Mission beendet. Geil. Okay, geschafft. Yes, direkt beim ersten Versuch. Das ist cool. Gibt's jetzt eine Filmszene? Oder nicht? Ich glaub nicht, wa? Ne, leider nicht. Okay. Ah, dies war aber wieder Steel 4000. Cool. Alles klar. Gut. Leben eins, ja. Zeit zwölf Minuten. Das war wieder ein längeres Level. Und genau. Jo. Dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Dann haben wir nämlich schon das achte Level, glaube ich. Und genau. Dann würde ich sagen, ja. Das war noch eine sehr ereignisreiche Folge. Wir haben Gupta ge... Ne, nicht Gupta. Ich bewechsel die immer. Wir haben Isagura gekillt. Und genau. Als nächstes geht's zum Carver-Medien-Irgendwas-Turm in Saigon. Alles klar. Also es geht nach Asien wieder. Jo. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wem's gefallen hat, der möge doch ein Like geben oder ein Kommentar schreiben oder ein Abo verteilen. Und genau. Dann würde ich sagen, sehen wir uns hier beim nächsten Mal, ne. Ciao, ciao.